einen wunderschönen guten tag freunde willkommen bei easy lifestyle in meinem kanal hier auf meinem kanal besser gesagt und hier geht es gleich richtig ab aber vorher freunde abonnieren nicht vergessen kommentieren was euch gefallen und was nicht und natürlich daumen hoch und das video teilen am besten freunde und jetzt kommen wir zum thema schuhe ich habe mir wieder neue schuhe gestellt wie ihr sehen könnt und das wollte ich auf jeden fall mit euch teilen aber vorher muss noch eine kleinigkeit sagen und zwar die pflanze ist wieder da ich stelle mal gleich hier hin und diese wirklich gut aus ich muss sie nicht ließen freunde weil es eine kunstpflanze so da fangen wir an freunde ja ich habe mir wieder neue schuhe gekauft lange rede kurzer sinn und ich bevorzuge auch immer sportschuhe und ja die vorzüge sportschuhe weise gemütlich packen wir die mal aus so sehen die guten stücke aus freunde ich habe die jetzt im internet bestellt jetzt werde ich wahrscheinlich sagen manche manche auch nicht die farbe weiß wird dreckig klar haben wir es nur beide aus wasser freunde so sehen die guten stücke aus was sind auf jeden fall adidas schuhe so sehen die aus freunde und zwar habe ich die mir bestellt weil sie mir eben halt gefallen ist eben halt so ne und wie ihr sehen könnt ich habe richtig braune hände oder arme aber oben nicht wegen dem t-shirt wegen meiner arbeit und so weiter kriegt viel sonne ab habe ich immer was drüber an sieht zwar sehr sehr komisch aus aber naja das ist so gesehen meine bräune wenn ich im sommer richtig braun bin da muss ich mal überall mich freuen der freunde wie gesagt sind adidas schuhe und die sind sehr sehr bequem aus auf jeden fall ich werde sie auf jeden fall anziehen wenn es mal nicht regnet und irgendwie habe ich immer das glück wenn ich weiße schuhe trage regnet es wenn der bericht klar man guckt sich das mal wieder an aber irgendwie verschiebt sich das immer wieder denn wenn sonne steht dann fängt es an zu niseln so wie heute so freude so sehen die guten stücke aus also ist auf jeden fall eine sehr gute verarbeitung was auch sehr gut finde es hier hinten da kann man wenn man jetzt so ein schuhe anzieher nicht hat kann man die schön greifen und die schuhe anziehen und vor allem ist es sehr sehr gut gepolstert das heißt es ist sehr weich hier hinten also kriegt hier keine blase oder so beim laufen auch wenn ihr die einläufer adidas ich muss ehrlich sagen adidas ist bekannt dafür dass sie wirklich persönlich für mich sehr gemütlich sind und auch gut aussehen vor allem bin ich mehr adidas fan als nike ist zwar jetzt unbezahlte werbung schmeiß jetzt nicht promotion für adidas und falls adidas mich mal haben möchte oder so gerne gerne mir e mail schreibt freunde nein ich glaube aber natürlich nicht und soweit ich weiß capital bra hat glaube ich eine kooperation mit adidas was richtig krass ist aber natürlich ist der junge bursche ein bisschen bekannter als ich natürlich gönne ich ihnen das und weiterhin war weiter gute musikkapital ja freunde wie gesagt also sehr sehr gemütlich die federung ist wahrscheinlich auch richtig gut also diesen sehr sehr gut gepolstert vor allem das was ich sehr mag gut man sieht das jetzt so lang so lang so da steht da auch sehr schön verarbeitet und sie sind wirklich sehr sehr rutschfest farbe weiß gefällt mir sehr gut und schuhgröße was ihr wissen möchtet 42 also standard großartiges und made in kambodscha freunde ich hoffe das ist keine kinderarbeit aber glaube ich eher weniger also hoffe ich mal weiß man heutzutage man nicht zwar sagen die ganzen film machen wir nicht aber man weiß immer nie was im hintergrund so abläuft und ja freunde so sehen die guten stücke aus und vor allem was mir noch auch sehr sehr gut gefällt ist das hier freunde seht ihr diesen schriftzug die steht auch natürlich adidas drauf vielleicht sieht man das gleich beim focus da und vor allem man kann es hier auch natürlich immer schon mal fest also das ist irgendwie so zum halten festhalten irgendwie oder dass man die schule sich besser anziehen kann und verarbeitung wirklich sehr gut weil ich auch glaube ich luftig das heißt für den sommer wirklich perfekt geeignet sehr ideal und ich werde voll high von diesem geruch also das ist wie neuwagen sag ich immer neuwagen unter den schuhen ja so sehen die guten stück aus freunde und ja blau adidas verpackten also bisschen old school ist das jetzt keine neue version es ist glaube ich eine ältere version habe ich aber trotzdem bestellt weil ich gedacht habe man muss nämlich mal das neueste haben und die waren wirklich von preis sehr sehr gut die haben mich ja für manche des teures für manche wiederum nicht also die waren 72 euro 71 99 glaube ich das und ich finde für gute schuhe sportschuhe sollte man schon immer so pie mal daumen zwischen dem preis hier bis 150 euro zahlen gut oder 100 euro geht auch klar weil natürlich habe ich einen guten schnapper bekommen also ich für 72 euro ist eine ordnung freunde vor allem was ich an der verarbeitung gut finde ist diese diese schlussäcke dieses dieses hier umherum zählt mega aus und vor allem hier durch mal das an freunde sieht ihr das hier fokus weg ist auch so man mal so ein bisschen fragen drumherum gemacht also die verarbeitung ist wirklich mega und ja freunde wenn euch diese schule fallen könnt ihr die ihr euch gerne auch bestellen die habe ich jetzt von amazon bestellt die gibt es immer noch freunde die nennen sich auf jeden fall ich kann euch mal einblenden der schuhgröße müsst ihr selber gucken was hier was euch passt hier die adidas schuhe und hier ist der name noch mal und ja freunde das könnt euch auch auf jeden fall bestellen und ich würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir daumen nach oben gibt wenn ihr das video kommentiert was euch an dem schuh gefallen hat was nicht vor allem freunde abonnieren nicht vergessen ich würde mich riesig freuen teilt das video mit freunden und freunde diese schuhe werden auf jeden fall mich glücklich machen nicht wahr so freunde ich rede schon mit einer pflanzenschmerk gesprungen schon ein bisschen leicht bekloppt ansonsten freunde wir sehen uns im nächsten video und bleibt alle gesund war bis dann ciao ciao easy lifestyle